Alle Zeit der Welt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Ich freue mich heute wieder mal dabei zu sein und ich freue mich besonders auch dir gleich zuzuhören über ein super spannendes Thema zu referieren, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich habe, weil du es schon angekündigt hast, das Thema mal kurz gegoogelt und die Google-Recherche hat ergeben, dass es sich dabei und bei den Ikarian um ein Volk aus einem Buch des Frühsozialismus handelt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das würde ich so unterschreiben. Das ist richtig. Wir haben neulich zwei Folgen zur Eugenik aufgenommen mit Jonas von Deutschland3345 und haben in dieser Folge über einen deutschen Eugeniker namens Blötz geredet, der ganz entscheidend für die Entwicklung der eugenischen Programme der Nazis war. Und dieser Herr Blötz war in seiner Jugend sozialistmal oder jedenfalls irgendwie reformbewegungsnah unterwegs und hat sich für Utopien interessiert. Und wir haben in der Folge am Rande behandelt, dass der nach Amerika zu den Ikarian in eine Ikaria-Kolonie gegangen ist und dort erhofft hatte, die perfekte neue Welt als Modell zu erleben, dann aber tatsächlich sehr schnell enttäuscht war von den menschlichen Schwächen, die er dort vorgefunden hat und den Streitereien, die in dieser Kolonie geherrscht haben. Und sich dann der Eugenik zugewandt hat mit der Logik, dass wenn quasi man das perfekte menschliche Experiment nicht schaffen kann, man den perfekten Menschen züchten müsste. Quasi die Logik, dass wenn dieses ikarische Utopie-Projekt jetzt scheitert und es an den Menschen liegt in seiner Erfahrung, dann ist der Mensch das Problem und wir brauchen einen anderen Mensch, der in der Lage ist, solche Utopien auszuführen. Also ein Weg von der Utopie zu Eugenik, den wir danach gezeichnet hatten, ganz kurz letztes Mal. Und da bin ich dann drauf gestoßen, dass ich ja eigentlich schon länger mal eine Folge vorbereiten wollte zu frühsozialistischen Utopien, weil in unserer Vorstellung der Sozialismus ja eigentlich immer mit Marx und Engels losgeht. Oder wie ist das bei dir? Wenn du an Sozialismus denkst, wo ziehst du dann den Anfangspunkt? Wo würdest du denn ganz gefühlstechnisch so setzen, historisch? Na, Marx und Engels sind ja ganz klar die Lichtfiguren des Sozialismus. Und mit denen beginnt das ja auch wirklich zur weitreichenden politischen, sozialen Bewegung auszuarten und auszuufern. Ich könnte dir jetzt auch niemanden nennen, der ja praktisch den Grund gelegt hat, auf den dann Marx und Engels aufgebaut haben. Aber deswegen bin ich auch sehr gespannt. Aber nochmal zu den Ikariern. Also das war jetzt nicht eine fiktionale Gruppe von einem Werk, wie ich es am Anfang gemeint habe, sondern es gab auch tatsächlich eine real existierende Bewegung der Ikarier. Ja, also es gab einen Mann namens Etienne K.B., zu dessen Lebenslauf wir gleich noch ein bisschen mehr machen werden. Und K.B. hat einen Roman geschrieben. In diesem Roman reist der fiktive Erzähler nach Ikarien in ein Land, das, ich muss mich bei Jonas von 335 noch entschuldigen, weil der gemeint hat, das hat doch bestimmt was mit Ikarus zu tun. Also der kannte die Ikarier auch nicht und hat dann von der Namensableitung her das auf Ikarus zurückgeführt. Komplett richtig. Ich habe gesagt, nein, nein, das geht nicht um Ikarus, sondern um eine frühsozialistische Utopie. In dieser Utopie selber, habe ich jetzt bei der Recherche herausgefunden, wird das Ganze aber auch auf Ikarus zurückgeführt. Also es ist die Idee, dass man quasi auf den Flügeln des Ikarus in diese perfekte Welt reisen kann und dann dort die Ikarier, die Nachfahren Ikarus quasi trifft. Der wäre gar nicht abgestürzt ins Meer, sondern er hat es quasi geschafft, die perfekte Welt aufzubauen. Eine perfekte Modellgesellschaft. Und daher der Name. Und die Ikarier, die dann in Amerika waren, die plötzlich besucht hat, waren echte Franzosen, die sich ganz nicht fiktiv auf Basis dieses Romans quasi gesagt haben, wir versuchen das jetzt. Wir sind so inspiriert von dieser Idee, von dieser Gesellschaft, die wir da sehen. Wir wollen selber diese Utopie errichten. Und da sie das in Frankreich nicht so ganz die Chance gesehen haben, sind viele davon nach Amerika gegangen und haben dort quasi die Möglichkeit gesehen, günstig viel Land zu bekommen und dort relativ ungestört ihre Experimente auszuführen. Das Ziel der heutigen Folge ist meiner Meinung nach so ein bisschen festzumachen, aus was für einem Sumpf von Ideen oder was denn da für eine Gemengelage an Ideen Marx und Engels geschöpft haben. Und dass sie eben nicht diejenigen waren, die ganz allein dastanden und dass sie nicht die einzigen Lichtgestalten waren, die das ganz allein aus dem Nichts erschaffen haben, sondern jeder Denker hat natürlich seine Vordenker und baut auf irgendetwas auf. Und in der Zukunft werden mal noch die konkreten Folgen zu Marx und Engels kommen, wo wir uns dann ganz genau mit den beiden beschäftigen. Aber heute geht es tatsächlich darum zu sagen, wir schauen uns ein bisschen an, was war denn da davor? Und natürlich haben auch alle Leute, die wir heute erwähnen werden, wieder ihre Vordenker und bauen wieder auf etwas auf. Aber diese Leute, die wie KB zu der Zeit Massenbewegungen inspiriert haben, über neue Gesellschaften nachzudenken in der Zeit der frühen Industrialisierung, sind in unserer westlichen und dann auch globalen Vorstellung auf jeden Fall so direkten Vorläufer von Marx und Engels. Und die haben wahrscheinlich auch dazu geführt, dass Marx nicht nur ein weiterer schlecht gelaunter Junghegelianer irgendwie geblieben ist, sondern das aus diesem Junghegelianer dann letztlich in der Auseinandersetzung mit den Utopien, die wir uns heute anschauen, der Kommunismus oder der Sozialismus entstanden ist, wie wir den kennen von Marx und Engels. Also im Idealfall enden wir entweder heute oder am Ende nächster Woche 1848 mit dem Kommunistischen Manifest und haben dann eine ganz gute Vorstellung, in was für ein Klima, das da rein geboren wurde. So, das wäre meine Hoffnung. Wir steigen ein mit den Ikariern und dem utopischen Roman Voyage en Ikarie, die Reise nach Ikarien. Das, ich glaube, ich ändere meine Struktur. Ich mache es anders, wie ich es dir gedacht habe. Ich glaube, wir fangen tatsächlich ein mit dem Leben von Etienne Cabet an und arbeiten uns dann vor zu seinem Werk. Ich glaube, so macht es mehr Sinn. Ich habe es andersrum hingeschrieben, aber es ist nicht so besonders sinnvoll, glaube ich. Cabet wurde in Dijon als jüngster Sohn des burgundischen Fassbinders Claude Cabet und seiner Frau, Franz Wasbert, je geboren und hat sich dann als Jurist ausbilden lassen, hat Karriere als Jurist angefangen im Ancien Regime und wurde unter anderem dann zum Generalstaatsanwalt von Corsica ernannt, als Karrierejurist damals. Dort, in Corsica, vertritt er eine Regierung, nämlich die von Louis Philippe, die er eigentlich selbst ablehnt oder zunehmend ablehnt. Und Cabet publiziert ein Buch 1830, das Histoire de la Révolution heißt und den Konservatismus der existierenden französischen Regierung angegriffen hat. Das war quasi ein Geschichtsbuch mit einer gewissen Sprengkraft, weil es die aktuelle damalige Regierung schlecht dargestellt hat. Und dadurch hat dann Cabet seine Position verloren und musste dann wegen 1834, wegen dem scharfen Angriff auf die Regierung in seinem Geschichtsbuch und der Anklage für Hochverrat, die aus dieser Publikation dann erfolgte, wurde er zu fünf Jahren vor Bannung verurteilt und flieht dann nach England und beantragt dort in England politisches Asyl. Eine der klassischen, also wenn man damals auf dem Kontinent als Revolutionärprobleme hatte, ist man nach London gegangen, ganz klar. Heute würde man das vielleicht nicht besser machen, aber damals war London so einer neben Paris, die eine der weiten revolutionären Städte, wo man als Republikaner in England relativ sicher vor Verfolgung sein konnte. Während seines Auflands in London als politischer Flüchtling brachten ihn dann literarische Forschung, wird es genannt, in einigen Texten. Wahrscheinlich hat er einfach nur Bücher gelesen, weil er im Asyl saß und nicht arbeiten konnte. Und trifft dann da auf kommunistische Ideen, die ganz gut zu seiner Kritik an der Regierung passen und seinem selbst verfassten Geschichtsbuch. Und dort in London erkennt er dann, dass für die von der französischen Revolution proklamierte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit tatsächlich eigentlich eine Gütergemeinschaft, in seiner Meinung nach, notwendig sein müsste. Um quasi einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben 1789 die französische Revolution, wo so etwas wie Privateigentum geschaffen wird in Europa. Davor gehört alles dem König, ganz grob gesagt. Und in der französischen Revolution haben wir die Revolution des Bürgertums, das sagt, nein, nein, wir wollen selber was besitzen. Wir sind so mächtig, wir sind so einflussreich, wir sind so gebildet und unwichtig mittlerweile. Wir sind in der Lage, diesen Staat ohne den König zu führen im Endeffekt. Und das ist das Endresultat. Und wir haben die Entstehung von einem Staat, der im Großen und Ganzen darauf ausgerichtet ist, das Privateigentum der Bürger zu managen und zu verwalten. Viele Leute, die damals daran teilgenommen haben und dann im frühen 19. Jahrhundert, also in den 1810er Jahren, 20er Jahren darüber nachgedacht haben, und das waren oft Juristen wie KB, Aristokraten, wie wir später noch sehen werden, oder andere Leute aus der Oberschicht eher, haben dann aber erkannt, dass ihnen das eigentlich nicht weit genug geht, was in der französischen Revolution gefordert wurde. Und vor allem Napoleon nimmt da schon einige Sachen, die besonders revolutionär waren, wieder zurück und versucht ja schon wieder, sich mit der alten, mit der Kirche und so wieder zu einigen und die irgendwie wieder mit ins Boot zu holen. Und nach Napoleons Niederlage haben wir die große Phase der Restauration in Europa. Das heißt, da wird ganz viel davon versucht, wieder zurückzurollen, zurück zu alter monarchistischer Ordnung zu bringen, und in diesem Klima bewegen sich diese Denker, über die wir heute reden. Also wir haben die große Revolution, wir haben die amerikanische Revolution, die funktioniert hat, wir haben die französische Revolution, die funktioniert hat und dann da irgendwie doch wieder endlich zusammengebrochen ist nach Napoleon. Und jetzt überlegt man sich, wie kann man das Ganze eigentlich noch vervollkommenen. Also das überlegt sich KB. Und unter diesem Eindruck schreibt er dann seinen Roman Reise nach Ikarien in London. Die Vision, die KB da in dieses perfekte Ikarien projiziert, in dieses Land, in das wir gemeinsam mit einem englischen Lord reisen, um das zu erfahren, ist tatsächlich nicht so wirklich kreativ. Also ich habe einige Autoren gelesen, die das kritisiert haben, dass KB jetzt nicht, also dass er im Endeffekt halt Frankreich erzählt, mit anderen Bedingungen, aus dem Exil in London. So ganz weit hergeholt ist es nicht. Ja, also seine Heimat, wie er sich gerne vorstellen würde. Er bezieht sich auch auf Ideen von Thomas Morus und anderen englischen Autoren, die davor schon so utopisch unterwegs waren. Priester werden in Ikarien gewählt und es ist Glaubensfreiheit. Bis ins 16. Lebensjahr sollten Jugendliche nicht hinsichtlich der Religionswahl beeinflusst werden. Ihre Religionsmündigkeit wird durch einen Lehrer der Philosophie gefördert, der die Jugend mit allen religiösen Systemen gleichermaßen bekannt macht. Sehr fortschrittlich schon mal so. Also eigentlich, viel weiter sind wir heute jetzt auch nicht in unserer Gesellschaft, wie es dir das KB sich vorstellt. Die Ehepartner sollten kontrolliert ein halbes Jahr verlobt sein, bevor die Ehe geschlossen wird, um es zu testen. Quasi Eheprofe und außerehelicher Geschlechtsverkehr war im Gegensatz ein Verbrechen. Es gab andere frühe Frühsozialisten in Frankreich, Fourier, der auch so Modellsiedlungen entworfen hat. Bei dem war es kein Verbrechen. Der hat versucht quasi diese Sexualethik zu überkommen und hat sich auch viel für Frauenrechte eingesetzt. Also KB ist da noch ganz klar und es soll Zucht und Ordnung herrschen in Ikarien. Zumindest im Ehepart, genau. Die Stadt Paris nennt er sein Pendant, quasi die Hauptstadt von Inkarien, Ikaria. Und diese kommunistische Hauptstadt ähnelt späteren Realisierungen von Paris. Also riesige Straßenfronten werden bautechnisch realisiert. Und alles ist überdacht. Er stellt sich die Zukunft überdacht vor, damit niemand mehr nass wird. Alles wird schachbrettartig angelegt und muss logisch und quasi rational abgeleitet sein. Und er plant dort gigantische Wohnhöfe, in denen dann die Arbeiter dieser idealtypischen Gesellschaft gemeinsam leben. Mit großen Parkanlagen und kleinen Birkenwäldern dazwischen. Also eine Art Gartenstadt mit geringer Bebauungsdichte zwischen den Häusern. Die Häuser dürfen maximal fünf Stockwerke hoch sein, wurde zum Beispiel festgelegt in dem Buch. Und Wohnungen werden mit drei Fenstern werden. Also er hat sich ganz viele Gedanken gemacht, wie die dort genau konkret leben. Und neben dem demokratischen Kommunismus, der Religionsfreiheit und so, die er sich vorstellt, ist der Staat aber ein extrem durchorganisierter Arbeiterstaat, dessen oberstes Gebot die vollkommene Gleichheit und Gütergemeinschaft ist. KB schreibt dazu, hast du das Skript da? Dann lese ich sie einfach vor. Arbeiten muss man in der ersten Zeit der Republik sehr lange. An 18 Stunden manchmal. Aber das ist jetzt längst vorbei und heute arbeitet man nur noch im Sommer sieben, im Winter sechs Stunden, nämlich von sechs bis sieben, früh bis ein Uhr nachmittags. Der Staat wird dieses noch mehr verringern. Es unterliegt keinem Zweifel, dass neue Maschinenerfindungen anstelle der Arbeiten Menschen treten. Oder auch, wenn die Verminderungen in dem zum Fabrizieren notwendigen, zum Beispiel in den Bauten, einen größeren Teil Menschenkraft überflüssig macht. Klingt erstmal gut. Ja, und ganz spannend, weil er so Dinge der Automatisierung und der Abschaffung von Menschenkraft vorherseht, die natürlich 1840, als dieses Buch in Frankreich erschien, schon irgendwie langsam begonnen haben. In England, in Frankreich, die zu der Zeit gerade erst wirklich in den Kinderschuhen steckten. Wir haben so Sachen wie Spinning Jenny um 1800 und so die ersten wirklich, wo extrem viel Arbeitskraft eingespart werden kann durch Maschinelle, durch Dampfkraft und so. Aber was er da vorherseht, ist ja eine Gesellschaft, an der wir jetzt noch nicht sind. Wir streiten uns ja jetzt gerade viel über Automatisierung und was weiß ich, über KI. Und im Endeffekt sagt er, wenn wir lang genug diese, also Ikarien ist schon einen Schritt weiter, wie wir es heute sind quasi und größtenteils automatisiert, dass man nur einen Sechsstunden-Takt braucht. K.B. war auch stark von den Vorstellungen von Robert Owens beeinflusst, zu dem er auch persönlichen Kontakt hatte. Zu Owens habe ich später ein bisschen was vorbereitet. Und zum Beispiel Thomas Morus Utopia war auch ein großer Einfluss für ihn, wo er sich eben dran eingelegt hat. Das Buch, also in dem Buch schreibt K.B., dass er quasi keine neue Weisheit entwickelt, sondern er basiert das Ganze auf so einer primitiven Geschichtsphilosophie zu sagen, naja, eigentlich haben das ja vor mir auch schon alle anderen Weisen gesagt oder Philosophen. Jesus Christus hätte auch sowas gepredigt, es gäbe Kirchenväter, die sowas gepredigt hätte. Er nimmt schon so wirren Bezug auf das Frühchristentum, was wir später immer wieder sehen werden bei den Kommunisten, das quasi christlich argumentiert wird eigentlich auch und gesagt wird, das frühe Christentum ist eigentlich vielleicht so eine Art Frühkommunismus und dann eben auch die Philosophin der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Also da wird ganz viel auf die vorherige geistesgedankliche Zeit eingegangen und gesagt, naja, eigentlich ist das Wissen, das gar nicht neu ist. Ich präpariere hier nur das Wissen für die Zeit auf, das große Wissen der Alten für unsere Zeit. Ich habe noch ein Zitat von K.B. In Luxus zu schwelgen, während Millionen das trockene Brot vorenthalten bleibt, ist gegen das Menschenrecht. Je mehr man die Geschichte studiere, desto gesicherter werde die Überzeugung, dass die soziale Ungleichheit die Ursache ist, aus der Not und Überfluss, aber auch Habsucht und Ehrgeiz, Eifersucht sowie Hass, Zwietracht und Streit aller Art resultierten. Ein Elend, unter dem nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Nationen leiden müssten. Man komme nicht umhin, seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte überall zwei Klassen zu unterscheiden, wenngleich sich beide oft ineinander verschoben. Die eine bestehe aus den fleißigen, mäßigen, die andere aus den trägen und unmäßigen. Jene hat die Erfindungen gemacht, diese hat sie genossen. Jene hat produziert, diese hat konsumiert. Der Müßiggänger hat den Arbeitssamen geplündert und plündert ihn täglich. Der Vergeuter quetscht den Sparsamen aus. Was ich hier anmerken will, ist, dass es noch nicht diese Klassen, er redet von zwei Klassen, aber es sind noch nicht die zwei Klassen, die wir bei Marx und Engels später sehen, sondern er sieht die Klasse, die vielleicht so ein bisschen als Andeutung zu Bourgeoisie und Arbeiterschaft ist schon ein bisschen mit drin, aber im Endeffekt sieht er das grundsätzlich eher charakterlich. Es gibt die Leute, die charakterlich mäßig sind und viel arbeiten und es gibt die Leute, die charakterlich verschwenderisch sind. Und die verschwenderisch muss man in seiner Utopie eigentlich auch unter Kontrolle bringen. Das ist ein bisschen bedenklich meiner Meinung nach und wir werden bei KB im Verlaufe gleich noch merken, dass noch andere bedenkliche Sachen später dann zu Tage gedreht sind, was sehr ausschlussreich sein kann. Der Roman hatte einen Riesenerfolg und KB wurde relativ schnell zum Mittelpunkt einer politischen Massenbewegung, nämlich der ersten kommunistischen Massenbewegung der Moderne. Beeindruckend, dass das Ganze von einem utopischen, quasi Fantasy-Roman begründet wurde meiner Meinung nach. 1847 hatte die Icaria 400.000 Anhängern in Frankreich, nach acht Jahren nach der Veröffentlichung. Und bis 1848 erlebte der Roman fünf Auflagen, wurde ins Englische, das Spanische und Deutsche übersetzt und in Frankreich natürlich zum Bestseller. Ich habe noch ein Zitat. Man sagt, dass es keinen französischen Arbeiter gab, der nicht wenigstens von diesem Werk gehört hat. KBs Reise in Aricarien zu Michael Winter avancierte sogar zum Erlösungsprogramm für alle leitenden KB zu ihrem Heiland. Es gab Wallfahrten zu ihm wie zu einem Messias. Von seinen Lesern und Leserinnen wurde er mit rührenden Dankesbriefen überhäuft. Also wir sehen die frühe Industrialisierung, die Restauration nach der französischen Revolution und wir haben ein scheinbar extremes Bedürfnis, was KB da befriedigt. Er zeigt den Leuten die Möglichkeit, sich eine andere Zukunft vorzustellen. Und ich glaube, heute haben wir vielleicht auch wieder ein bisschen diesen Trang dazu, diese Hoffnung, neue Lebensentwürfe und neue Utopien auszuprobieren. Und deswegen haben wir auch neulich mit Jonas die Folge zu Eine neue Geschichte der Menschheit, Anfänge, den Buch von David Gräber aufgenommen gehabt, weil es da ja auch darum ging zu sagen, wie haben wir uns eigentlich in diese Situation manövriert, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, heutzutage uns eigentlich alternative Systeme vorzustellen. Während, wenn wir uns tatsächlich die Menschheitsgeschichte anschauen, ein Spektrum mit tausenden Schattierungen von Systemen haben, die wir schon ausprobiert haben und wir anscheinend ja kreativ und flexibel und irgendwie geistespolitische Akteure sind, die in der Lage sind, auch neue Systeme zu probieren und umzusetzen. Und trotzdem haben wir heute den Eindruck, in einem alternativlosen System zu leben. Ja, und KB hat dieses Bedürfnis damals von 1814, 1840er Jahren befriedigt, bei sich selber gespürt wahrscheinlich. Und nachdem es dann zu einer verschärfenden wirtschaftlichen Notlage 1846-47 in Frankreich gab, gab KB die Vorstellung nach und nach auf die französische Gesellschaft wirklich reformieren zu können. Er hatte ja tatsächlich die ganze Zeit die Idee, man bräuchte keine Revolution, sondern man könnte das Ganze durch Aufklärung lösen. Wenn nur alle mal einen Roman lesen, dann wird diese Welt ein besserer Ort. Also sehr, ein bisschen naiv und sehr idealistisch. Und als es dann in Frankreich generell bergab ging, hat KB gesagt, nee, nee, das wird hier nichts. Und hat nach Gesprächen mit dem eben schon erwähnten Robert Owen, der ein englischer Frühsozialist war, ein reicher Unternehmer, Baumwollfabrikant, der so eine Art Musterbetrieb bei sich eingerichtet hatte und gegen Kinderarbeit vorgegangen ist. Dem durften das Kinder ab 10, weißen Kinder ab 10 in den Fabriken arbeiten. Und der die Arbeitsstunde von 14 Stunden am Tag auf 10,5 oder so beschränkt hatte, bei gleichem Lohn und der auch quasi Mittelvordenker des, wie heißt es hier, Erzeugergemeinschaften und genossenschaftliche Banken und sowas hat Owen vorgedacht. Also als Vordenker von diesem Bewegung. Naja, auf jeden Fall hat Owen mit KB, weil der auch in England war, quasi persönlich unterhalten. Und Owen hat ihm dann geraten, quasi statt das Ganze irgendwie in Frankreich zu versuchen, und doch nach Texas zu gehen, in die neue Welt und das dort zu versuchen. Weil Owen selber zu der Zeit auch eine sozialistische Mustersiedlung nach seinem eigenen Ideal dort geplant hatte und gemeint hat, die amerikanische Revolution wurde gewonnen, da ist ganz viel Platz nach Westen raus, da können wir gerade hier Frontierbewegung, da können wir super unsere neuen Menschen ganz ungestört von den ganzen Regimen hier in Europa entwickeln. Am Anfang reiste eine Gruppe in die Vereinigten Staaten, die haben einen Gesellschaftsvertrag dann geschlossen, vorher als Verein, um festzustellen, dass KB für die ersten zehn Jahre zum Direktor der Kolonie ernannt werden würde oder dieses Siedlungsprojekt ist. Und am 3. Februar 1848 brachen sie dann von Le Havre nach New Orleans in Louisiana auf. KB selber kam später mit einer zweiten kleineren Gruppe nach und relativ schnell haben sie aber gemerkt, dass weder Texas noch Louisiana so richtig die Utopie waren, die sie sich vorgestellt haben. Sie hatten Probleme, das Land zu kaufen, wurden übers Ohr gehauen und relativ schnell kehrte dann ein Drittel der Kolonisten nach Frankreich zurück und die verbleibenden 142 Männer, 74 Frauen und 64 Kinder zogen dann entlang des Mississippi River nach Norden, nach Illinois, Nauvoo hieß die Kolonie, wo sie sich dann zwölf Morgen Land kauften, das kurz davor von den Mormonen verlassen wurde. Also extrem spannend. Das ist gerade die Zeit, als da irgendwelche, also irgendwelche Rappisten rumrennen von diesem deutschen Pietisten, Prediger Rapp, der verstoßen wurde. Du hast die Mormonen, die da gerade westwärts ziehen, um weiterhin ihre Cousinen heiraten zu können. Du hast Leute wie KB oder Owen, die dort ihre sozialistischen Idealsiedlungen irgendwie gründen wollen und alles mittendrin in unserer Vorstellung vom Wilden Westen. Also das ist quasi die Zeit, wo da rennen auch diese ganzen Leute drum und versuchen in irgendwelchen Modellsiedlungen das neue utopische Zukunftsding zu gründen. Es ist nicht alles nur Goldgräberstadt und so, sondern eben auch diese ganzen religiösen und ideologischen Splittergruppen zu der Zeit. Bis 1855 wuchs dann die Ikarische Gesellschaft in Nauvoo auf etwa 500 Mitglieder an, hatten eine solide landwirtschaftliche Basis, Werkstätten, drei Schulen, Mühlen, eine Whiskybrennerei, englische und französische Zeitungen, ein 39-köpfiges Orchester. 39-köpfiges Meme, muss das mal hinkriegen. Ein eigenes Theater, ein Krankenhaus und eine Bibliothek, eine staatliche mit 4000 Büchern, die spannenderweise heute noch existiert, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe online. Und dann ging es aber abwärts, langsam. Schon 1851 wurde KB gezündet nach Frankreich zurückzukehren, um sich Vorwürfen des Betrugs durch frühere Anhänger in Europa zu stellen, einem französischen Geschworenengericht. Die haben ihn zwar für unschuldig befunden, aber als KB dann im Juli 1852 nach Nauvoo zurückkehrte, war er extrem unzufrieden, wie sich alles in seiner Abwesenheit entwickelt hatte. Einige Männer rauchten Tabak und tranken zu viel Alkohol, viele Frauen schmückten sich mit schicken Kleidern und Schmuck und Familien hatten damit begonnen, gewisse Stücke von Land als Privateigentum zu beanspruchen. Das heißt, die Gesellschaft entschuldigte sich zurück zu dem, was KB in Frankreich eigentlich entflohen war. Und KBs Reaktion war vielleicht nicht die demokratischste, denn er reagierte mit einem Pamphlet, sehr lutherisch. Am 23. November 1853 hat er die 48 Verhaltensregeln erlassen, die Tabak, harten Alkohol, aber auch Beschwerden über das Essen und Jagd und Fischfang zum Vergnügen verboten. Also ab jetzt wird die Fresse gehalten, es wird aufgehört zu rauchen und zu trinken und wehe, einer beschwert sich über das Essen. Das sind die Regeln, das wir beschweren. Und ich persönlich finde, hier sehen wir so diesen Knackpunkt zwischen, da sind ganz viele Utopisten dahin gewandert und wollten irgendwann einen neuen Kommunismus gründen und wir haben jetzt die Stelle, wo es kippt und sich langsam der wütende Diktator gegen den Willen, den demokratisch Proklamierten der Kolonie anfängt durchzusetzen. Einige Mitglieder beschreiben KB in dieser Zeit auch als autoritär und emotional extrem instabil, was nur dazu führte, dass sich die internen Probleme weiter verschärften und neu entstanden. Im Frühjahr 1855 versuchte KB, die Verfassung der Kolonie zu ändern, um sich selbst zum Präsident auf Lebenszeit zu machen. Wurde jedoch stattdessen des Amtes enthoben, weil seine Anhänger angefangen haben zu streiken und den kleinen Generalstreik ausgerufen haben und vorübergehend ihn vom gemeinschaftlichen Speisesaal ausgeschlossen haben. Also zu versuchen, sich da zum Diktator auf Lebenszeit zu erringen, ist dann kläglich geschaltet an dem demokratischen Empfinden der anderen Mitglieder. Aber da sehen wir, wie hart das Ding gegen die Wand fährt. Also er versucht, seine Utopie dann eben mit Gewalt durchzudrücken und das funktioniert nicht gegen den Willen dieser Leute, die dort eben leben. Und ja, das rächt sich. Und obwohl die Kolonie dann zu dieser Zeit bereits 526 Mitglieder hatte, lit sie wirtschaftlich immer mehr. Die Subventionen aus Frankreich gingen immer weiter zurück und die Spannung bezüglich der Arbeitsaufteilung und der Lebensmittelverteilung habe sich dann entsprechend der zunehmenden Lebensmittelklappheit auch immer weiter verschärft. KB veröffentlichte dann sein letztes Buch. Also die Kolonie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber das Buch hat auch keine weiteren internen Probleme lösen können. Und im Oktober 1856 verließen dann etwa 180 der 526 Mitglieder das Projekt. Und die verbleibenden Gruppen haben sich aufgeteilt. Es gab da eine Aufteilung in verschiedene Sektionen, die sich quasi immer weiter aufgesplittet haben. Es gab immer weiter Streitereien und ein weiteres Sektierertum, dass sich quasi von jeder Gruppe wieder eine kleinere Gruppe abgebrochen ist und sich weitergezogen hat. Am 8. November 1856 Elite KB dann wenige Tage nach seinem Umzug nach Missouri in die neue Kolonie mit den ihm loyalen Leuten ein Schlaganfall und starb bald darauf. Seine letzte Aktion war, vor seinem Tod noch zu versuchen, die anderen zu verklagen, die die Nauvaux gewesen waren, und versuchen, vor den amerikanischen Gerichten denen das Recht zu entziehen, auch eine Kolonie zu gründen. Was ich sagen würde jetzt ein bisschen bitter. Also am Ende, das Ganze startet mit dieser großen Utopie, die 400.000 Leute in Frankreich motiviert, sich das erste Mal wahrscheinlich mit kommunistischen Ideen wirklich auseinanderzusetzen und über sowas wie eine Gemeinheit der Güter nachzudenken. Und es endet in diesem Scharmützel aus Kleinlichkeit, Alkoholverboten und Tabakverboten in Amerika, zwischen Sektiererei und immer weiteren Aufbrechen unter den Gruppen und am Ende einem extrem frustrierten KB, der sich kleinlich mit den ganzen Leuten rumstreitet, die nicht so wollen wie er, bis er dann einen Schlaganfall bekommt, weil er sich wahrscheinlich so geärgert hat. Was verbittert, wenn man gestorben hat. Ja, wahrscheinlich ist er sehr verbittert gestorben, würde ich auch vermuten. Die Nauvaux-Kolonie zog dann noch irgendwie nach Iowa um und hat sich dann erst 1898 vollständig aufgelöst, war zu dem Zeitpunkt aber dann schon 46 Jahre lang existent. Und das macht die Nauvaux-Kolonie der Ikarier zum längsten nicht-religiösen Gemeinschafts-Lebensexperiment in der amerikanischen Geschichte. Das ist faszinierend. Also alle anderen, die das quasi geschafft haben, so lange zusammen ihr Ding durchzuziehen, waren alles eben religiöse Splittergruppen. Und die Ikarier haben das auf der Basis eines utopischen Romans gemacht, was ich irgendwie, ja, erstrebenswert finde, dass Leute Bücher lesen und die so geil finden, dass sie sagen, jetzt treffen wir, jetzt machen wir das mal. Wir probieren das jetzt so. Und das ja anscheinend auch jahrzehntelang durchgezogen haben. Das Wort Anastasia. Ah ja, geil. Spannender Vergleich, genau. Das ist so ein bisschen das Äquivalent auf jeden Fall, nur eben aus einer anderen Richtung. Wobei ja auch bestimmt so eine mittelalterliche Gemeinschaft und Arbeitsteilung bei der Anastasia-Bewegung bestimmt herrscht. Da müssen wir mal nachrecherchieren zu denen. Und es gab natürlich abseits von den Versuchen von KB auch noch andere Fans, die versucht haben, irgendwie ein Gemeinwesen nach ikarischem Muster zu errichten. Am Ende sind die aber alle gescheitert. Beispiel dafür dann plötzlich nochmal der deutsche Eugeniker aus einer anderen Folge, der dann eben so desillusioniert von diesem Scheitern war, dass er direkt Nazi wurde. Und ich finde es auch spannend, dass sich in dieser ikarischen Kolonie schon die Probleme mit Macht zeigen und die Probleme mit Kontrolle und dieser Diskussion über den Führer auf Lebenszeit und quasi wie schnell die demokratischen Ideale, der teilnimmt und dann unter dem Vorwand, man müsste die Ideale erhalten, verloren gehen. Oder scheinbar, KB hat dann ja auch eben so diesen Stalin-Move-Versuch zu sagen, jetzt übernehme ich das Ruder und wir machen jetzt so, wie ich mache, weil ich bin der Einzige, der weiß, wie es richtig geht. Und das nimmt schon mal so die Probleme der späteren Staatssozialisten, des Sozialismen so, des 20. und auch 21. Jahrhunderts ja schon mal vorweg, weil die ja auch immer daran gekrankt haben, an diesem Problem, die die ikarischen Kolonien am Ende hatten und sich mit den gleichen Fragen von Macht und so eben auf einem viel größeren Maßstab für Millionen von Menschen meistens auseinandersetzen mussten, während die Ikarier das für 500 Leute nicht mehr richtig gebacken bekommen haben. Also ich würde sagen, ja, das sind Sachen, die werden uns später noch begegnen, wenn wir uns mit den folgenden Themen auseinandersetzen. Aber ich denke, die Ikarier sind ein ganz spannender erster Ausgangspunkt, um über Sozialismus vielleicht nachzudenken. Gerhard Hauptmann, der Schriftsteller, war auch ein Schulfreund von dem Eugeniker Plötz. Ich glaube, der große Bruder von Hauptmann war mit dem in der Schule. Er hat ein soziales Drama geschrieben, 1889, im Jahr, als sich die Nauvoo-Kolonie Lett vollständig dann aufgelöst hat. Ne, sorry, neun Jahre bevor die sich vollständig aufgelöst hat, 1889. Und in diesem Drama, vor Sonnenaufgang heißt es, erwähnt er auch das Siedlungsprojekt der Ikarier. Und in diesem Werk finden sich ganz nach KB klassenkämpferische, antimilitaristische und antikirchliche Parolen. Ich habe noch einen Ausschnitt für uns aus einer Inszenierung des Bobromer Schauspielhauses von 2012, hier dabei, die ich gefunden habe, von diesem Drama. Ich lese vor. Es ist zum Beispiel verkehrt, wenn der im Schweiße seines Angesichts Arbeitende hungert und der Faule in Überflüsse leben darf. Es ist verkehrt, den Mord im Frieden zu bestrafen und den Mord im Krieg zu belohnen. Verkehrt ist es dann, die Religion Christi, diese Religion der Duldung, Vergebung und der Liebe als Staatsreligion zu haben und dabei ganze Völker auszunutzen. Und damit können wir es bei den Ikariern belassen. Ich glaube, damit haben wir die Utopie des KB ganz gut umrissen und können uns jetzt den anderen Frühsozialisten und so nähern. In der nächsten Folge wird es um die restlichen Frühsozialisten, die heute alle nicht vorkamen, gehen. Es wird darum gehen, wie Marx und Engels eigentlich in diesen Bund der Kommunisten kamen und dann, der sie beauftragt hat, 1848 das Manifest des Kommunismus zu schreiben. Kommunistische Manifest. Und genau, ansonsten liked uns gerne, teilt die Folge mit Leuten, die das auch interessieren und denen der Podcast gefallen könnte. Wir machen sonst keine Werbung, von daher sind wir ein bisschen auf euch, unsere Hörerinnen und Hörer angewiesen, uns dazu verbreiten. Und wir, genau, haben auch einen Patreon, auf dem man uns unterstützen kann, mit dem Gegenwert von einem Kaffee oder einem Bier im Monat, den ihr uns ausgibt für die vielen schönen Geschichten, die wir euch hier erzählen. Und genau, wir haben ja jetzt eine Liste bei Patreon, bei dem sich die Patreons, die gerne erwähnt werden wollen, nennen können. Das heißt, wenn ihr unser Patreon-Unterstützer oder Unterstützerin schon seid und noch nicht ungern genannt werden würdet, tragt euch da gerne ein. Bis jetzt bedanken wir uns immer am Ende der Folge beim cooleren Herr Fischer vom Arden-Gymnasium, Fanny Dietrich und Freya Stuart. Entschuldigung, das ist neu der Name, ich muss mich dran gewinnen. Freya Stuart. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir hoffen, ihr genießt den Podcast und unterstützt ihn auch weiterhin. Auf Patreon gibt es die Folgen immer ohne Werbung, falls ihr ihn mit Werbung hier hört, wo ihr ihn gerade hört. Und normalerweise die Folgen auch ein bisschen früher. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reihen. Tschüss.